Musik Wir erwarten wie immer ungefähr 300, 320 Gäste. Und ich kann jetzt nicht sagen, welche Gäste mir besonders am Herzen liegen, weil mir liegen alle gleichermaßen am Herzen. Ich glaube, dass tatsächlich, dass die Felix Burda Stiftung das Thema enttabuisieren konnte, auch mit solchen Veranstaltungen und roten Teppichen und Blitzlicht und vielen Promis, die kommen und sich schön machen. Es war immer und wird sicherlich auch wieder ein sehr, sehr schöner Abend werden. Ich begrüße Sie, die Gäste, Freunde, die Unterstützer und natürlich die Nominierten für den Felix Burda Award. Musik 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 Musik